Uns erreichen immer wieder Fragen, welchen Küchenhersteller soll ich denn jetzt nehmen, welchen empfehlen sie denn und welche Elektrogeräte empfehlen sie denn und welchen Spülenhersteller etc. empfehlen sie denn. Zunächst einmal haben wir eine gewisse Auswahl von Küchenmöbelherstellern, Elektrogeräten und Zubehörherstellern, wobei man erstmal pauschal sagen kann, dass es keine schlechten Hersteller gibt, wir aber natürlich nicht alle Hersteller, die es auf der Welt gibt, führen. Und da ist es auch so, dass wir, falls wir mal ein bestimmtes Produkt nicht führen, was Sie vielleicht als erstes mal ins Auge gefasst haben, bekommen Sie von uns auch immer, da wir einen breiten Überblick über alles das, was mit Einbauküchen zu tun hat, haben, Ihnen eine neutrale Einschätzung geben. Und es natürlich auch mal sein kann, dass wir ein bestimmtes Produkt nicht haben, aber Sie da auch entsprechend beraten können, weil es kann auch mal sein, gut, einen bestimmten Schrank oder einen bestimmten Artikel oder ein bestimmtes Gerät führen wir halt nicht, dann würden wir Sie dazu auch beraten und das gegebenenfalls halt auch mit einbauen, weil wir natürlich nicht jeden Lieferanten der Welt führen können. Also da bekommen Sie von uns auch eine neutrale Einschätzung. Zu den Herstellern, die wir führen. Wir führen jetzt, was die Küchenhersteller angeht, um da anzufangen, führen wir den Hersteller Hecker und den Hersteller Ballerina und Simatic. Und da kommen wir im Verlauf der Beratung, landen wir bei einem bestimmten Hersteller. Jeder Hersteller hat so seine Stärken und Schwächen und da gilt tatsächlich das, was ich am Anfang gesagt habe, wirklich schlechte Hersteller gibt es nicht oder überhaupt keine schlechten Hersteller, sondern nur unterschiedlich verteilte Stärken und Schwächen. Und die schauen wir uns dann hier zusammen an und suchen für Sie das passende Produkt aus. Und so ist das nachher auch bei den Elektrogeräten, wenn jemand halt einen normalen Backofen haben möchte und wir zeigen Ihnen dann ein Gerät, was irgendeine Smart Home Funktion noch hat, wo Sie dann, ich übertreibe es jetzt mal, irgendwie Ihr Licht in der Garage am Backofen an- und ausmachen können oder halt noch eine Kamera haben können, dass Sie halt sehen können, was im Backofen passiert ist, wenn Sie im Urlaub sind. Das brauchen wir jemandem nicht anbieten, wenn er das nicht haben möchte. Und da versuchen wir, die Sachen auszusuchen, die zu Ihren Bedürfnissen am besten passen. Und da führen wir jetzt, um das bei den Geräten weiterzuführen, führen wir Geräte von Siemens, von Bosch und von Miele, dann noch Abzugshauben von Bärbel und Geräte von Bohrer und Kühlautomaten von Liebherr. Damit decken wir ein breites Spektrum an Elektrogeräten ab. Und was die Spülen und Armaturen angeht, arbeiten wir, was Wasserhähne angeht, sehr viel mit der Firma Hans Grohe und mit Blanke und Franke zusammen und in Teilen noch mit dem Keramik-Spülenhersteller System CERAN. Und damit decken wir ein sehr breites Spektrum an Produkten ab. Aber um mich nochmal dazu bewusst zu wiederholen, da suchen wir für Sie das passende Produkt aus, was zu Ihren Bedürfnissen am besten passt. Bis zum nächsten Mal.